hallo herr seekräuter hallo wohnzimmerkapitäne schön dass ihr wieder mit dabei seid und ja wir haben zwei premium schiffe für euch hier und wir sind haben die technischen daten jetzt geht es los also t8 die meins die seht ihr hier schon damit geht es los es wird ein leichter kreuzer werden den die deutschen da bekommen man nehme ein admiral hipper rumpf und bastel da leichtige schütze rauf und zwar vier türme a3 rohre 150 millimeter also 50 nicht 52 ganz wichtig wargaming sagt dazu das schiff soll eine gute reichweite haben eine schnelle nachladezeit eine gute überlebensfähigkeit und eine angehme torpedoberwaffnung so ähnlich wie bei der königsberg und der nürnberg jeweils ob ihre tierstufe runter gerechnet fangen wir uns mal an was sie daraus machen wollen zumindest im ersten versuch und der sagt 42.500 trefferpunkte wollen sie dem schiff zur verfügung stellen und das alles jetzt halt euch fest bei 27 millimeter panzerung im vorderen und hinteren bereich also die grund panzerung sozusagen es gibt ja nachher hier dann noch mal einzelne panzerungsbänder und in der mitte eventuell den dickeren bereich der irgendwie 30 32 oder noch mehr millimeter hat je nachdem aber man muss ganz klar sagen 27 millimeter ist ziemlich stark gepanzert für einen leichten kreuzer so stark gepanzert wie zum beispiel eine hintenburg so stark gepanzert wie eine des moines und er viel stärker gepanzert und wenn wir das jetzt mal vergleichen wollen wir haben ja vor kurzem die barjahr ins spiel bekommen auch ein schiff leichter kreuzer der franzosen und der hat im vorderen bereich 16 millimeter und im hinteren das heißt da ist overmatch ohne probleme mit ja auch mit schweren kreuzern möglich weil der mainz wird in zukunft erst möglich sein ab 387 millimeter zu overmatchen das heißt schiffe wie jamba richelieu und auch die borgon kommen da nicht durch alle anderen schiffe die hamsen ticken einfacher aber ich vermute dass der mittlere teil nachher gut gepanzert sein wird besser zumindest und da dann mit winkeln auch die entsprechende abpaller hervor gerufen werden können auf jeden fall finde ich persönlich als highlight so ein bisschen 27 millimeter hat die eben nicht normalerweise hätte jetzt hier 25 oder sogar nur 16 millimeter erwartet muss ich ganz ehrlich sagen dass es 27 sind das ist eben ein unterschied in dem penetrationsverhalten so hauptbatterie wir haben vier türmer a3 rohre 150 millimeter und die schießen 17 1 halb kilometer weit sehr angenehm aber nicht erweiterbar voraussichtlich die kapitän skills gehen nicht und ja wir haben auch eben nicht den sechsten slot bei dem t8 schiff wir haben nur fünf slots und das hört eben bei den tarnungsmodul oder erkennbarkeits modul da eben auf und da fehlt zwei ja muss man halt sagen 17 halb kilometer das ist drin mehr nicht aufregungsflieger haben wir hier nicht auf dem dampfer dann alpha schaden der he granate 1700 8 prozent brandwahrscheinlichkeit ist also gut zu machen wir haben hier 150 millimeter es wird ja wahrscheinlich ein viertel pen geben zumindest aller wahrscheinlichkeit nach das heißt wir penetrieren glaube 36 oder 37 millimeter panzerung das heißt wir kommen schon durch die ganzen schlachtschiff panzerungen eben durch da brauchen wir kein efe ja und selbst wenn wir der efe drauf skillen dann bringt jetzt auch nicht mehr so viel mehr haben wir gerade mal gucken ich kann mal kurz den taschenrechner rausholen also 37 halb aufgrund 38 millimeter runter sind wir bei 37 millimeter und wenn wir 37 millimeter mal 1,3 rechnen dann sind wir bei 48 also die 50 millimeter penetrieren wir eben nicht und es ist halt ja das wäre die nächste schwelle nach den 32 für mich ja muss man mal gucken aber ich denke es ist nicht so sinnvoll da efe raub zu bauen vor allem weil es eben brandwahrscheinlichkeit klaut und die kann man eben gut nehmen ja man kann hier in den sprengmeister rauf basteln und die beiden signal flaggen für brandwahrscheinlichkeit sind wir bei 11 prozent und hat auf 12 schuss das ist glaube ich ganz angenehm dann haben wir eine anfangsgeschwindigkeit 960 meter die sekunde ziemlich direkter schuss wahrscheinlich ja kein großer geschossbogen ap alpha damage 3900 auch die gleiche anfangsgeschwindigkeit also mindungsgeschwindigkeit 960 meter siebeneinhalb sekunden nachladezeit nur das ist so wie bei der barjah wenn ich mich so also so zumindest in die richtung wenn ich mir recht insinne 30 sekunden turmdrehzeit streuung 154 meter wohlgemerkt auf 17,5 kilometer kampferntfernung ja das ist die maximalste streuung und wir haben sigma wert von 2.0 also ich denke diese werte haben es in sich und das scheint mir ja doch ein ganz angenehmer dampfer zu werden wer leichte kreuzer mag wird diese chip wahrscheinlich mögen gerade weil eben die bounce eigenschaften hier einfach stärker sind als bei anderen leichten kreuzern dann haben wir torpedo werfer wir haben nämlich da sehen wir ein da haben wir ein also an jeder seite zwei a4 rohre das heißt acht torpedos können wir an jeder seite abfeuern die schwimmen sechs kilometer weit wenn sie treffen 13.700 alpha damage könnten im besten fall entstehen in der regel passiert es ja eher nicht da gibt es ja dann noch torpedoschadensverringerung und was da alles nicht zählt also diese ganzen sektionen die dann unterschiedliche anzahl an damage punkten noch haben und so weiter 64 knot schnell sind die torpedos 19 sekunden ist die nachladezeit 7,2 sekunden die wendezeit der torpedowerfer also von links nach rechts und die torpedos sind in anführungsstrichen nur 1,3 kilometer erkennbar das ist ein ganz normaler wert auf der tierstufe schimakase torps als vergleich die schlechteren torps die die ganz weit schwimmen sie gehen in zweieinhalb kilometer sogar weit auf ne die gibt da sicherlich auch noch mal andere werfer aber 1,3 der wert ist okay ja da kann man nicht nicht viel gegen sagen dann aber eine ja ziemlich gute flugabwehr für die tierstufe langstrecke 119 kontinuierlichen schaden bis 5,2 kilometer und wir haben eine sechs explosionen 1400 alpha damage in der mittelstrecke haben wir 319 kontinuierlichen schaden bis 3,5 kilometer und dann die coach strecke 147 kontinuierlichen schaden bis zwei kilometer die trefferwahrscheinlichkeit ist langstrecke 90 prozent mittel 90 prozent und kurzstrecke 85 prozent also das muss man dann immer so als ihr habt trefferwahrscheinlichkeit kann man eigentlich so von diesem kontinuierlichen damage wert so ein bisschen abziehen und dann hat man den wert raus der tatsächlich übrig bleibt aber das ist okay vor allen dingen wollt ihr hier auch defensiv mit flak feuer benutzen könnt im austausch mit der hydroakustischen suche also ja ich denke das ganz okay dann gibt es noch diese priorität prioritätensektor geschichte wo er diese sache auch noch mal verstärken können kann sich sehen lassen denke ich mir also die flugzeugträger werden euch nicht bevorzugt anfliegen glaube ich zumindest dann haben wir doch die maximale geschwindigkeit 32 knoten das ist ein ticken zu langsam wie ich persönlich finde weil wir auch kein motorboost haben dann wendekreis 720 meter ruderstellzeit 10,5 sekunden hat ist dann runter skillbar mit dem mit der steuer getriebe modifikation um 20 prozent runter skillbar das gibt also so 2,1 sekunden wenn man die nimmt ja die tarnung würde ich auf jeden fall nehmen nämlich ihr seid 15,3 kilometer auf dem wasser zu sehen das heißt ihr müsst alles was ihr in tarnung bringen könnt müsst ihr in die tarnung bringen meine ehrliche meinung bei 15,3 kilometer das ist schon schlachtschiff niveau schon bald ja also ne bismarck ist glaube ich auch so ähnlich bei 15 irgendwas ja also keine ahnung finde ich einen ganz schön hohen wert aber irgendwo muss man ja das auch balancen mit diesen relativ guten nachladezeit mit einer großen reichweite mit einer guten brandwahrscheinlichkeit und so was alles unter guten panzerung oder verhältnismäßig guten panzerung muss das halt irgendwie gevalenzt werden dann ist man eben deutlich weiter sichtbar ja und dann wenn man nebel steht und schießt 8,4 kilometer erkennbar verbrauchsmaterial in slot 1 schadens begrenzungsteam in slot 2 habt ihr die wahl zwischen hydroakustik und defensiven flagfeuer in slot 3 gibt es einen jäger und das war's kein auflegungsflugzeug um noch mal weiter zu schießen oder so was ähnliches das ist alles nicht möglich und das ist die meins ich persönlich finde sie auf jeden fall definitiv interessant alleine schon dadurch dass sie anders oder besser gepanzert ist als andere leichte kreuzer ja mir gefällt die reichweite mir gefällt die brandwahrscheinlichkeit und die kurze nachlade zeit muss ich ganz ehrlich sagen die flugabwehr wie gesagt auch eine nette sache die torpedos die vergessen war mal als nahkampfstachel das ist was wenn dir ein schiff zu nah kommt oder man irgendwie sich im gefecht verfahren hat weil man die ganze zeit im okular war im ziel in der zieleinrichtung oder so und plötzlich irgendwie die übersicht verloren hat was ja mal vorkommen soll da kann man sich dann irgendwie noch mit verteidigen bevor man stirbt so nach dem motto ja jetzt und das war's zu meins und der nächste dampfer ist dann die goriza oder so ähnlich wird sie wohl ausgesprochen t7 kreuzer der italienischen marine und wer sich mit den italienischen schon ein bisschen beschäftigt hat der wird sofort erkennen dass wir uns hier eine andere version der zara angucken die ja quasi sehr quasi in den als vorschussschiff in den vorschussbaum kommen wird und hier haben wir jetzt einen austausch das ist quasi die besonderheit des schiffes ihr habt keine torpedowerfer dafür aber hydroakustik ja normalerweise sollen die italiener weder radar noch hydroakustik haben standardmäßig aber wenn ihr diese premium schiff bekommt dann wird es wahrscheinlich die hydroakustik sein die ihr dann in dem schiff vorfindet und dafür aber eben nicht diese diese treibminen die italiener haben ja ich glaube ist ein sinnvoller tausch also eher sinnvoll zumindest als die treibminen zu haben aber ich werde euch gleich noch einen haken sagen der der mich da so ein bisschen in stutzen bringt warum man die hydroakustik und nebelschiff miteinander verbindet gerade bei der sichtbarkeit des schiffes gucken wir uns mal an wir haben 37.100 trefferpunkte und eine panzerung der standard panzer von 16 mm also vorne 16 hinten 16 mm das heißt da ist overmatch schon mit 240 mm und so ganzen kram ist da eben schon möglich da alles 380 overmatch euch einfach und das ist eben auch der unterschied noch mal zur mainz auch wenn die mainz jetzt ein t8 schiff ist aber hier sind wir wirklich dünn gepanzert im vorderen bereich zumindest gut dann geht es weiter hauptbatterie wir haben vier türme zwei vorne zwei hinten a2 hohe 203 mm feuerreichweite maximal 15,6 km ok kann man erstmal so stehen lassen für ein t7 könnte das ok sein maximaler ap granatenschaden 4800 anfangsgeschwindigkeit 900 meter die sekunde und der maximale sap granatenschaden 5050 also ein ticken mehr sogar als der schaden der ap granate auch hier haben wir die gleiche anfangsgeschwindigkeit mit 900 meter sekunde nachladezeit und jetzt haltet euch fest ich hoffe das ist ein druckfehler 16,5 sekunden aber die italiener sind ja schon dafür bekannt entschuldigung dass wir hier eine lange nachladezeit haben aber mit den sap granaten eben den vorteil von besseren winkeln haben dass ihr also deutlich weniger abpraller generiert als jetzt zum beispiel mit normalen ap granaten ja muss man mal gucken ob das alles so stehen bleibt 180 grad drehzeit der türme 25,7 sekunden maximale streuung 140 meter und ein sigma wert von 2,0 flugabwehr kann man hier glaube ich auf dem dampfer eher vernachlässigen langstrecke geht bis 4,6 kilometer 88 kontinierlicher schaden drei salven also drei explosions salven a1120 der mittel strecken schaden 53 kontinuierlich bis 2,5 kilometer und bis 1,5 kilometer 46 kontinuierlicher schaden für einer kurzstrecke ja und die trefferwahrscheinlichkeit ist eben 90 90 85 prozent jeweils ne ist so naja ok aber die flugzeugträger werden euch trotzdem angreifen und die werden euch auch ordentlich ärgern können wenn sie euch denn zu fassen kriegen denn eure geschwindigkeit ist mit 33 knoten angegeben ihr habt einen sehr engen wendekreis 580 meter ruderstellzeit ist angenehm mit 9,8 sekunden und dann kommen wir wieder zur oberflächen erkennbarkeit 14 kilometer ihr habt hier nicht die möglichkeit zweimal zehn prozent bei der tarnung abzuknabbern sondern nur einmal weil ihr ein t7 schiff habt und ja da ist das eben anstrengend die ganze geschichte weil da kommt ihr ja nur bis zum slot 4 bei verbrauchsmaterial also bei den verbesserungen und deswegen ja erkennbarkeit wird dann also nur auf 12,6 kilometer ungefähr runter gehen und dann könnt ihr noch ein bisschen was mit der tarnung abknabbern lufterkennbarkeit 7 und erkennbarkeit nach dem feuern der geschütze im nebel 8,3 kilometer jetzt überlegen wir nochmal wir haben hier italiener wir haben hier einen rauchgas generator oder abgas nebel generator wie auch immer also der schiff kann bei voller fahrt sich ein nebel und ist dann nicht mehr entdeckbar es sei denn ihr schießt weil wenn ihr schießt dann schießt ihr dann geht ihr 8,3 kilometer weit auf und das kann durchaus mal vorkommen in einem gefecht gerade auch dann wenn man sich zum beispiel an einen gegner heran fährt ja ihr benutzt diesen nebel benutzt eure hydroakustik die hydroakustik kennt schiffe auf fünf kilometer entfernung und torpedos auf 3,5 kilometer entfernung das heißt ihr fahrt mehr oder weniger der gegner sieht euch ja kommen mit der rauchwolke und sollt dann quasi fünf kilometer auf den gegner aufschließen um dann hydro zu starten um aus eurem nebel die erste salve ohne deck zu schießen dann danach seid ihr ja automatisch offen und zwar dauer offen solange ihr schießt ja und das geht ja erst dann wieder zu wenn ihr in dieser wenn der gegner aus diesem bereich raus ist ja also das ist so ein bisschen ja wir sehen nicht genau ob man das so richtig sinnvoll nutzen kann vielleicht zur hilfe wenn man in einem verbund unterwegs ist um sich gegen torpedos zu schützen aber als offensivwaffe so wie er teilweise beschrieben wird sondern auch aktiv zum angriff halte ich für nicht so praktikabel um ganz ehrlich zu sein vielleicht wenn ihr hinterm berg seid und dann durch den berg die hydroakustik mit benutzen könnt oder irgendwie sowas aber ich glaube nicht so gut wie man da denkt im ersten moment ja dann haben wir hier slot 1 schadensbegrenzungsteam slot 2 rauchgas generator also dieser 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 abgas nebel generator aufklärungsflugzeug in slot 3 in slot 4 gibt es eben die hydroakustik ja torpedoa fassung dreieinhalb schissabfassung fünf kilometer und wenn ihr das in dem premium verbrauchsmaterial benutzt 120 sekunden abklingzeit und drei aufladungen höftet er davon das standard verbrauchsmaterial hat 180 sekunden und zwei aufladungen aber das verschwindet ja möglicherweise demnächst aus dem spiel so dass wir nur noch premium verbrauchsmaterial haben die dann aber kostenlos werden gut und das alles waren jetzt eben werte ohne crew oder irgendwelche upgrade modifikatoren also diese verbesserung das muss man auch mal ganz klar sagen und ganz ganz wichtig hier auch in weiß eingeblendet alles work in progress das heißt das kann sich alles noch komplett ändern das schiff kann aus dem spiel gelöscht werden sozusagen oder in der entwicklung sagen nee das bringen wir dann doch gar nicht wie auch immer hier kann auch alles mit passieren nicht alles so heiß essen wie jetzt da steht wir gucken mal wie sich das entwickelt alle informationen dazu erfahrt ihr natürlich hier auf dem youtube kanal wenn es da irgendwelche änderungen gibt gibt es darüber ein video und natürlich wer das nicht abwarten kann bei uns auf der facebook seite findet die ganzen artikel ins deutsche übersetzt und könnt euch da vorab schon mal ein bild machen bevor ich davon ein video baue also wir sehen uns dann im nächsten video wenn euch das hier gefallen hat daumen nach oben abo da lassen weiter erzählen vor allen dingen da will ich euch sehr dankbar für sein und dann sage ich bis zum nächsten mal haut rein euer ccross team euer andy ciao ciao